Aber ich will jetzt einen richtigen, dicken Applaus hören für den ersten Finalisten des heutigen Abends aus Kiel, Thorsten Wolff! Vielen herzlichen Dank. Ohne Worte. Mama, Milch, Trinken, Brust, Zähne, Weinen, Krabbeln, Fallen, Laufen, Brabbeln, Papa, Ball, Teddybär, Bau, Klötze, Bilderbücher, Togolino, Eisenbahn, Matchbox-Auto, Schlittenfahren, Schneeanzug, Streichelzoo, Duplo bauen, Pipi-Klo. Karussell, Kinderrutschen, Haare waschen, Zähne putzen, echtes Lego, Playmobil, Dinosaurier, Fußballspielen. Fang den Hut, Schuhe aus, Schuhe putzen, Nikolaus, Schultüte, Geherfüller, Schwingübungen, Tintenkiller, Fuhrruf, Tut, Mengenlehre, Yu-Gi-Oh! Indianer-Ehre. Lesefibel, Mathe-Test, Kinderbibel, Hausarrest, Opa-Tod, Beerdigung, Pussy-Album, Gymnasium. Dirk, Atlas, Schrödel, Schöning, Geodreieck, Zirkeltraining, Nebensätze, Dreisätze, Zehn Gebote, konformiert, onaniert. Herr der Ringe, Hermann Hesse, Schwanzvergleich, Drittes Reich. Dritte Welt, Markenkleidung, Taschengeld. Ferienlager, Flaschen drehen, feuchte Träume, Online-Games, Bio 5, Spielverbot, Emo-Phase, Oma-Tod. Heavy Metal, Effie-Bries, Lange Haare, Anarchie, Kiffen, Wichsen, 18 sein, Fahrschulprüfung, Führerschein, Abiball, Marie Chantal. Ficken. Endlich. Ausgezogen, eingezogen, Grundausbildung, Kompanie, marschieren, laufen, Koma saufen, Großraumdisco, ausgedient. Uni suchen, schwarzes Brett, Mitbewohner, GEZ, Vorlesung, letzte Reihe, Langeweile, lange feiern, lange schlafen, Happy Hour, Tiefkühlpizza, Studiendauer. Seminare, Scheinkriterien, Unistreik, Semesterferien, Hausarbeit, abgeschrieben, Singlebörse, sich verlieben. Zusammenziehen, zusammenreißen, Designermöbel in Pastell, Uniabschluss, BWL. Bewerbung schreiben, Seitenweise, Seitenscheitel, probeweise eingestellt. Überstunden, Zigaretten, Kaffee, Kopfschmerz, Schlaftabletten, Karneval, Seitensprung, Karriere-Schritt, Beförderung. Schlips und Kragen, Ralf-Loreen, neuer Wagen, FDP, Opernabend, Essen gehen, konsumieren, konvenieren, Konventionen, ja, ich will. Goldene Ringe, Lebensziel, Lebensstil, Saint-Maurie, Après-Ski, Winterpunsch, Sinn des Lebens, Kinderwunsch. Baby schreien, keine Zeit, Schwiegereltern, Haus und Garten, Hypotheken, Leasingraten, Hecken schneiden, Rasen mähen, Papa sein, zur Arbeit gehen. Sonderschicht, Karriereleiter, Nachtarbeit, Abteilungsleiter, Geschäftstermine, nur Routine, Ladenketten, Geschäftsverkehr in fremden Betten. Midlife-Crisis, Ziel verloren, Wirtschaftskrise, Sohn geboren. Hosenträger, Bauchansatz, Wochenende, Fußballplatz, Elternabend, Vatertage, Kegelklub, Trinkgelage, Bluthochdruck, Depressionen, Herztabletten, Illusionen, Größenwahn, Neuer Markt, Börsencrash, Herzinfarkt. Reha-Klinik, Krankenhaus, Kündigung, Karriere aus, Rosenkrieg, Beziehungsende, Scheidungskosten, Alimente, Einsamkeit, Doppelkorn, Rotlichtviertel und YouPorn. Horoskope, Lottozahlen, Kreuzworträtsel, graue Haare, Kaffeefahrten, Streuselkuchen, darauf warten, dass einen die Kinder mal besuchen. Hautödeme, Leberleiden, schlechte Zähne, Raucherbein, Pflegeheim, blauer Boden, weiße Wände, bunte Pillen, Filzpantoffeln, Gliesebrille, letzte Worte, letzter Wille, Essenszeiten, Fernsehzeiten, Jahreszeiten, Tag und Nacht, Sommer, Winter, Infektionen. Endstation. Vielen Dank.